FlappyMV World Championship 2019 Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und in diesem Video möchte ich euch kurz erklären, was euch beim FlappyMV Release Event bzw. dem FlappyMV World Championship 2019 erwartet. Es wird ein kleiner Wettstreit. Es gibt in meinem Spiel eine Top 10 und der Sieger, es sei denn, ich bin es, dann der Zweitplatzierte, der wird von mir eine kleine Belohnung erhalten und was das Ganze ist und wann die World Championship Chips stattfinden und die weiteren Regeln etc. pp. werde ich jetzt grob erklären. Ich werde sie aber im Vorfeld des Events nochmal durchgehen mit euch kurz. Okay, fangen wir soweit mal an. Also zuallererst, wann findet es statt? Ihr habt abgestimmt und zwar findet das Ganze am 8. September den Sonntag um 15 Uhr statt. Das Ganze wird ca. 3 Stunden gehen, also bis 18 Uhr. Wenn ihr also erst 16 oder 17 Uhr Zeit habt, könnt ihr auch erst 16 oder 17 Uhr einschalten oder halt schon 15 Uhr. Wie ihr Zeit habt, 8 Leute haben für 15 Uhr gestimmt. Na ja, ich hoffe mal, es werden mindestens 8 Zuschauer und 8 Teilnehmer, aber ich hoffe natürlich, es werden viel mehr. Gut, was bekommt der Erstplatzierte? Ich habe nicht viel zu bieten. Ich habe ja auch keine Finanzen, die hier hinter dem Kanal stehen. Logischerweise, ich verdiene damit kein Geld. Dementsprechend würde ich folgendes machen. Das ist natürlich relativ freiwillig, mehr oder weniger, wenn der Erstplatzierte sagt, nein, das möchte er nicht, er möchte den Preis nicht, dann würde ich ihn entweder an den Zweitplatzierten weitergeben oder wenn er ihn dann auch nicht möchte, würde ich ihn vielleicht dann an den Drittplatzierten weitergeben oder wenn er ihn dann auch nicht möchte, würde ich ihn dann entweder komplett streichen oder mal gucken. Ganz einfach folgendes. Erstens würde ich in einem späteren Patch, ich habe nämlich schon neue Ideen für das Spiel, würde ich eine Widmung einbauen für den FlappyMV World Champion 2019. Eine kleine Widmung für den Champion. Dann würde ich vielleicht noch irgendeinen Platz in meinem Kanal oder so finden. Vielleicht mache ich das einfach hier, ups, Salat, da, hier auf die rechte Seite mit. Andere RPG Maker Tutoren. Passt zwar nicht ganz die Überschrift, aber dann denke ich mir vielleicht eine andere Überschrift aus und dann pappe ich den hier mit rein. Ein paar alte kann ich wieder rausschmeißen. Dann ist die Liste vielleicht nicht so überfüllt. Zum Beispiel könnte ich hinschreiben, andere interessante YouTube Kanäle, etc. pp. Wenn das gewünscht ist von dem Gewinner, dass er dort stehen wird. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. So, und einen weiteren Preis hätte ich für den Gewinner. Ich möchte nach FlappyMV wieder ein etwas größeres Spiel machen, also etwas mit ein bisschen Geschichte, auch wenn es nicht zu viel Geschichte wird. Und ich würde dem Gewinner anbieten, dort die Hauptfigur zu bekommen. Also ich würde ihm quasi mehr oder weniger das gesamte Spiel widmen. Die Hauptfigur würde seinen Namen bekommen. Und ich würde natürlich diverse Bezüge zu ihm ins Spiel einbauen, wenn er das möchte oder sie das möchte. Also der Gewinner halt. Und auf jeden Fall würde ich in die Credits dann auch nochmal schreiben, dass es der FlappyMV World Champion 2019 ist. Und ja, ich hoffe, ihr werdet gern die Hauptfigur in meinem nächsten Spiel. Und das wäre ein Angebot, was ich noch machen könnte. Und ja, worum es in meinem nächsten Spiel geht, das erkläre ich dann andermal. Das könnt ihr mich auch im Livestream, dann im Event fragen, um 15 Uhr am Sonntag, wenn ihr das wissen wollt. Gut. Das wäre für mich auf jeden Fall eine kleine Sache, die ich euch geben würde, beziehungsweise dem Gewinner. Dann weiter im Text. Auch die Verlierer, in Anführungszeichen, sollen von mir etwas bekommen. Im Grunde erwarte ich nicht viele Teilnehmer. Ich denke mal hier mehr als die acht Teilnehmer, die dafür gestimmt haben, wären es wahrscheinlich nicht, also nicht viel mehr. Vielleicht wären es auch neun oder zehn. Vielleicht kommen noch nicht mal die acht. Wer weiß das schon. Ich möchte alle, die in den Top Ten des Spiels auftauchen, allen, die in den Top Ten des Spiels auftauchen, eine Chance geben, in meinem nächsten Spiel als Charakter aufzutauchen. Insofern das gewünscht ist, wie gesagt. Das werde ich dann jeden Einzelnen nochmal fragen. Am Ende des Events. Ob das gewünscht ist oder nicht. Jeder, der in den Top Ten ist, hat eine Chance, in das Spiel eingebaut zu werden. Er kann auch von mir aus seinen Text schreiben, seinen Kleinen, den er bekommt. Er wird dort einfach nur als Figur rumstehen und sagt einen x-beliebigen Text, den ihr mir dann zukommen lasst. Und ja, das wäre mein Angebot für alle, die in den Top Ten kommen. Da es, denke ich mal, nicht viel mehr werden als 10, wenn überhaupt 10 Spieler dabei sind. Ähm, heißt es auf gut Deutsch, dass wahrscheinlich so gut wie jeder in das nächste Abenteuer aufgenommen wird, der an dem Event teilnimmt. Ha, das klingt ja schon mal gut. So, und dann kommen wir noch zu einem dritten Part des Events. Der dritte Part, ähm, schließt mich in die ganze Sache mehr oder weniger mit ein. Wenn ihr es schafft, wie auch immer ihr das hinbekommt, mich aus den Top Ten zu kicken, so dass ich nicht mehr drin bin. Dementsprechend, je mehr Spieler von euch mitmachen beim Event, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr mich aus den Top Ten kickt. Wenn natürlich nur neun Leute mitmachen, naja, dann ist es halt nicht möglich für euch. Dann habt ihr halt, wie soll ich sagen, Pech gehabt. Ähm, wenn es aber jetzt beispielsweise 30 Leute sind, die mitmachen, was sehr unrealistisch ist, aber wenn, dann ist die Chance relativ hoch, dass darunter 10 Leute sind, die besser sind als ich und mich aus den Top Ten kicken. Was bekommt ihr dafür? Ganz einfach, hier in den Kommentaren von, äh, wann das Release Event gestartet werden soll, hat jemand darauf hingewiesen, dass er mein Gesicht noch nie zu sehen bekam. Und jetzt kommen wir zu der Belohnung, die ihr bekommt, wenn ihr mich aus den Top Ten kickt, innerhalb des Events. Dann gibt es ein Face Revival. Wuhu! Ähm, okay, den einen oder anderen wird das jetzt vielleicht nicht vom Hocker hauen und der eine oder andere wird sich denken, oh mein Gott, wir müssen ihn aus den Top Ten hauen, um sein Gesicht sehen zu dürfen, das kann doch nicht wahr sein. Don, warum tust du uns das an? Ihr habt recht, das ist wirklich schwer, mich aus den Top Ten zu kicken. Deswegen gibt es noch Varianten, wie ihr das Ganze noch etwas versimpeln könnt für euch. Also wie ihr das Ganze euch zugutekommen lassen könnt. Ich habe mir ein paar Kleinigkeiten ausgedacht, wie ihr das Ganze, die ganze Zahl minimieren könnt. Zum Beispiel, dass ich nur aus den Top Five fliegen muss oder nicht mal in den Top, also dass ich nicht in die Top 3 darf oder so. Also wie ihr eure Chancen auf gut Deutsch verbessern könnt. Und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ich möchte das Spiel dann bei abgmaker-mv.de hochladen. Ich bitte euch schon mal, euch dort zu registrieren, ist komplett freiwillig, müsst ihr nicht machen. Im Downloads-Bereich, in der Spiele-Datenbank wird dann mein Spiel auftauchen unter vielen anderen Spielen, wahrscheinlich bei Gelegenheitsspielen, Spiele werde ich es reinklatschen, wahrscheinlich auch bei Vollversion. Ich denke mal, das kann ich bei beiden gleichzeitig reinhauen, weil Swift's Life ist auch bei beiden drin. Und es ist ja eine Vollversion und ein Gelegenheitsspiel. Genau. Also werdet ihr das Spiel hier finden. Gut, aber wie kommen wir jetzt zu dem Part, dass ihr das Ganze etwas leichter haben könnt? Ganz einfach. Folgende Sachen. Punkt 1. Da muss ich noch mal kurz zurückgehen, sehe ich gerade. Wo stand das hier? Genau. Meiste Benutzer online. 34. Wenn ihr es schafft, dass innerhalb des Live-Events aus dieser 34 eine 35 oder höher wird, also auf gut Deutsch, wir den meisten Benutzer, die meisten Benutzer, die gleichzeitig online waren, den Rekord knacken können von 34. Das schafft ihr doch mit Links. Leute. Dann verbessern sich eure Chancen, mich zu schlagen. Ich würde sagen, dann müsst ihr mich aus den Top 5 kicken. Das ist doch ein faires Angebot, oder? Wenn ihr es schafft, auf gut Deutsch, 30 Leute zu mobilisieren, die sich hier gleichzeitig anmelden, es werden sicherlich auch so ein paar Leute sowieso gleichzeitig eingeloggt sein, die sowieso die Seite hier regelmäßig benutzen. Also müsst ihr wahrscheinlich nicht die vollen 34 vollkriegen, aber ihr versteht grob, worauf ich hinaus möchte. Gut. Genau, dann würde ich sagen, dann müsst ihr mich nur noch aus den Top 5 kicken. Das ist schon mal ein echt faires Angebot. Und das nächste wäre Nefertari. Ja, ich weiß, ihr kennt Nefertari ja alle. Wenn ihr es schafft, dass Nefertaris Abonnenten, sagen wir mal, die stehen gerade auf 1325, sagen wir mal, diese Abonnentenzahl auf 1350 zu pushen, das sind 25 mehr. Das ist schon ganz schön ordentlich. Das ist ein ordentlicher Batzen. Ich weiß, wenn ihr das schafft, während des Events oder von mir aus auch schon davor, dann, dann müsst ihr mich nur noch aus den Top 3 kicken. Insofern, das andere mit den 34 auch erfüllt wurde. Also auf gut Deutsch, wenn beide gleichzeitig erfüllt werden, beide Bedingungen, müsst ihr mich nur noch aus den Top 3 kicken, damit es das Face Revival gibt. Und wenn nur eine von beiden erfüllt ist, entweder Nefertaris Abonnenten gepusht bis auf 1350 oder Xbox Live Nachricht gesendet, okay, sehr interessant, interessiert mich relativ wenig gerade, aber egal. Genau. Also wenn ihr 1350 Abonnenten habt, also Nefertari 1350 Abonnenten hat, dann müsst ihr mich aus den Top 5 kicken. Oder wenn, wo haben wir es hier? Wenn hier der gleichzeitig angemeldete Rekord gebrochen wird, müsst ihr mich nur aus den Top 5 kicken und wenn beides erfüllt ist, müsst ihr mich nur noch aus den Top 3 kicken. Alles klar. Vielleicht lasse ich mir noch andere Sachen einfallen, wie ihr es euch noch leichter machen könnt. Dann würde ich mir vielleicht noch eine Sache einfallen lassen und dann wäre es dann sowas wie, ihr müsst mich nur noch vom Thron stürzen, dass ich nicht auf Platz 1 bin. Dann müsste nur noch einer von euch besser sein als ich. Also auf gut Deutsch, dabei kommt es viel mehr darauf an, dass ihr viele seid. Sprich, hier braucht ihr 25 weitere Abonnenten. Na gut, es könnte sein, dass ihr zwischendurch nochmal Abonnenten verliert. Aber, sagen wir mal, Pi mal Daumen, 30 Abonnenten. Also wenn ihr 30 Leute mobilisiert, die Nefertari abonnieren und 30 Leute mobilisiert, die sich hier auf dieser Seite anmelden und dann dort mein Spiel herunterladen, na gut, das ist relativ freiwillig, aber sich auf jeden Fall anmelden, dann habt ihr schon viel höhere Chancen, mich zu, ähm, zum Face Revival zu bewegen. Mal sehen, ob ihr das Ganze schafft oder nicht. Das werden wir dann rausfinden am Sonntag um 15 Uhr beziehungsweise dann, wenn das Event endet. Und ich bin gespannt. Wie gesagt, die Preise sind relativ bekannt jetzt mittlerweile. Ich hab's ja mehr jetzt gut erläutert, denke ich. Der Erstplatzierte, es sei denn, ich bin es, wie gesagt, der Erstplatzierte außer meine Wenigkeit. Ich bin ausgeschlossen. Also auf gut Deutsch, der Beste von euch wird, ähm, dementsprechend die Hauptfigur, vergesst nicht, Hauptfigur meines nächsten Spiels und dementsprechend eine Figur, die definitiv eine wichtige und tragende Rolle hat und wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein bisschen Mitspracherecht für das Spiel bekommen und für euren Charakter. Damit hab ich kein Problem. Immerhin ist das euer Charakter. Ähm, genau. Die Top Ten, dabei bin ich eingeschlossen, also wenn ich in den Top Ten bin, sind es nur neun von euch, also auf gut Deutsch, die besten Spieler von euch, entweder die besten neun oder die besten zehn, je nachdem, also alle, die in die Top Ten kommen von euch, werden im Spiel eingebaut, als Nebencharakter irgendwo in die Welt platziert, die einfach nur ein paar Worte sagen. Was sie sagen, ist euch überlassen. Da könnt ihr mir einfach einen Text schreiben und, ja, den baue ich dann ein. Wie ich das Ganze dann handhabe, wie ihr mich kontaktieren könnt, das überlege ich mir dann noch. Vielleicht gebe ich euch eine E-Mail-Adresse, an die ihr einfach den Text schreibt. Das wird dann am einfachsten, denke ich mal. Genau. Ähm, es sei denn, ihr wollt das nicht, ähm, also wenn ihr in die Top Ten kommt, aber euren Charakter nicht im Spiel haben wollt, dann meldet euch einfach nie bei mir, dann wird das auch nicht passieren. Ich werde nicht einfach irgendwelche Leute einbauen in das Spiel, die das dann nicht möchten. Aber ihr könnt trotzdem von mir aus an dem Event teilnehmen. Ihr könnt auch offline an dem Event teilnehmen, ohne euch fürs Leaderboard zu registrieren. Dann, ähm, kann es gar nicht erst passieren, dass ihr in die Top Ten kommt. Aber falls ihr in die Top Ten wollt, aber nicht ins Spiel wollt, dann kontaktiert ihr mich einfach nicht und dann ist das auch okay. Genau. So, und das dritte Event ist quasi ein Community Gemeinschaftsprojekt, da müsst ihr zusammenarbeiten, wie ihr das auch immer hinkriegt. Das ist mir relativ egal. Ich habe euch die Aufgaben gegeben und ihr habt sie zu erfüllen. Meldet euch bei RPGmaker-mv.de an. Das könnt ihr bereits tun, bis Sonntag und anschließend bleibt ihr das ganze Event eingeloggt und wenn die 34 überboten wird, bekommt ihr eure Bonis. die ihr haben wollt, denke ich mal. Unter Umständen. Also zumindest alle, die mein Gesicht sehen wollen, einmal im Leben mal mein Gesicht sehen. Huhuhuhu. So beeindruckend. Und bei Nefertari einfach abonnieren. Ja, ist natürlich ärgerlich für alle, die sie schon abonniert haben, aber dagegen kann ich jetzt auch nichts tun, oder? Ja, ich glaube, ihr habt verstanden, was ihr tun müsst. Ihr müsst auf gut Deutsch für das letzte Event viele sein. Je mehr, desto besser. Gut, das war es soweit von mir. Das Event findet dann, wie gesagt, am Sonntag statt. Hier habt ihr nochmal das Spiel. Das ist jetzt komplett fertig. Ich habe nochmal ein bisschen was überarbeitet. Auch am Gameplay habe ich noch ein bisschen was überarbeitet. Und hier die Stalaktiten und Stalakmiten sind jetzt flach. Dadurch sieht das mit der Kollisionsabfrage haut das ein bisschen besser hin. Und noch ein paar andere Details habe ich verbessert. Und darüber reden wir dann aber, denke ich mal, dann im Stream. Ich werde am Anfang nochmal eine kurze Einleitung machen. Alles nochmal erklären, was ich gerade eben nochmal erklärt habe. Und das Spiel hochladen live. hoffen, dass alles funktioniert. Wenn es nicht funktioniert über die Internetseite, also über das Forum, werde ich es natürlich schnell woanders hochladen und schnell umplanen. Aber das sollte ja kein Problem sein für euch. Das ganze Event wird dann, wie gesagt, von 15 bis 18 Uhr ungefähr sein. Pi mal Daumen. Je nachdem. Es kann auch sein, dass es vielleicht ein bisschen kürzer oder länger wird. Also schlagt mich nicht tot, wenn das mal 5 oder 10 Minuten Zeitunterschied ist oder mal eine Viertelstunde. Also, dass es vielleicht eher zu Ende ist oder später. Also, schlagt mich nicht tot, wenn das so ist. Okay? Genau. Ich bin relativ gut geworden mittlerweile. Ihr seht rechts oben den Highscore von 7500. Der ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe es auch ein bisschen leichter gemacht, das Spiel noch ein bisschen. den Maximalabstand den Maximalabstand der Löcher von der Y-Koordinate verringert den Maximalabstand und den Sink- und den Steigflug auf höheren Geschwindigkeiten beschleunigt. Es fühlt sich dadurch ein bisschen tricky an für mich, weil ich das nicht gewohnt bin, dass der auf höheren Geschwindigkeiten so hoch ist, also der Sink- und Steigflug. Aber das spielt sich dadurch ein bisschen leichter, würde ich sagen. Zumindest für jemanden, der das noch gar nicht gespielt hat. Aber ihr seht, es funktioniert eigentlich ganz gut und ich denke mal, ihr werdet das hinkriegen. Ich werde mir auch nicht allergrößte Mühe geben. Ich werde nicht das ganze Event durchspielen und versuchen, eure Rekorde zu brechen. Keine Angst. Ich werde noch andere Sachen ein bisschen ansprechen. Zum Beispiel werde ich euch erzählen, was ich in der Zukunft für Tutorials geplant habe, weil jetzt nach Flappy MV geht es endlich wieder weiter mit Tutorials und da habe ich einiges geplant. Glaubt mir, Leute, da habe ich einiges geplant. Das werde ich alles erläutern in der Zeit, wo ihr meinen Rekord versucht zu brechen und versucht, selber auf Platz 1 zu kommen. Und noch ein paar andere Sachen werde ich ansprechen vielleicht und auf eure Fragen im Chat eingehen. Ihr könnt mich alles Mögliche fragen, was euch interessiert. Fragt einfach drauf los. Alles, was euch interessiert. Erzählt einfach ein bisschen was oder so. Ja, ich hoffe, ihr seid dann am Sonntag dabei bei meinem Flappy MV World Championship 2019. Tschüssli! Bis Sonntag, Leute! Tschüssli! Vielen Dank.